Zurück wieder bei Österreich auf Reisen. Wir warten jetzt auf unsere Getränke. Wir warten auf das Mischmasch. Auf das weltberühmte Mischmasch. Da kommt es schon! Tata-tataa! Tata-tataa! Hooray! Hooray! Perfekt! Gut! Dann würde ich sagen... Mischmasch! Mischmasch, Mischmasch, Mischmasch. Äh, tun wir das mal noch an Ziemicht und dann werden wir uns später wieder, gell? 3, 2, 1! Brustee!